Jo Leute und damit Willkommen wieder zurück zu Spark's Challenge Immer noch mit dem Flash Jaaa Wildes Tier NEIN GAS Er versucht ganz schnell seine Sachen zu kriegen Ich weiß aber nicht wo Er habe eben zum Ende der Folge noch schnell die Rakete gezündet Aber wirklich kein schnell zu Ende der Folge Aber so keiner beben Das Problem ist ja jetzt ein Gas hinter mir Oh Und ich weiß nicht wo ich runter gesprungen bin Oh mein Akku hat sich... mein Headset hat sich wieder gemeldet Akku ist ja fast leer Okay da unten liegen meine Sachen So Anscheinend bestimmt Wisst ihr wie das ist wenn man auslöckt in so normal Singleplayer-Maps? Ob die 5 Minuten wieder zurückgesetzt werden oder nicht? Schreib's doch mal in die Kommentare Na ich glaub's aber eher weniger Ich glaub's auch eher weniger, dass da überhaupt niemand was reinschreibt Ja meine Sachen Nein nur wo sind meine... Da sind meine Sachen Nein Ey Gas Lass meine Sachen in Ruhe Ich bin erstmal ganz schnell wieder runter gegangen um weiter In Sachen zu farmen und XP durchzukriegen noch Ich muss grad mich abwehren gegen das Gas Der Wiff hat's halt auf mein... Aha So kann ich mein Schwert nicht aufnehmen Jetzt... Jetzt hab ich's, jetzt hab ich's, jetzt hab ich mein gutes Schwert Ja Schön wenn man einen Redstone findet Und schon Level 11 jetzt Ach ich hab Musik grad nicht angemacht Mäh ich grad, jetzt aber Boah Ich hab mein Schwer zumindest wieder Nice Oh ist das geil Ohja Hätte man nicht stoppen sondern halt einfach ne Pause drücken Ich will einfach mal ganz schnell durch. Ich drücke immer nur auf mein Handy rum und mache Musikplayer wechseln. Leute, das ist so geil mit der Rocket App da. Du hast auch Langeweile. Ja, aber das ist geil gemacht, finde ich. Boah, hatte ich jetzt ein Glück. Puh. Dann muss ich ja meine Infobeschreibung auch noch ändern, dass ich eine neue Tastatur habe. Hast du das auch drin oder was? Ich habe das immer da drin, schon länger. Ja. Also auf meinem Kanal, ne? Was? Was? Kanal? Was? Kanal? Wo ist denn jetzt eine Festung hier? Das ist schon so ein Knallkopf. Knallkopf! Knallforsch! Knallforsch! Jetzt haben wir mal, wo eine Festung ist. Weiß ich nicht. Es wäre schon liebend gern, Superjane wieder zu finden. Wenn wir überhaupt einen zu finden hier. Boah, ich finde gerade so viel Redstone, ne? Ja, was willst du damit? In uns sieht doch gar nicht. EP-Farm! Ja, toll! Du stirbst eh vorher. Das ist der einzige Grund, warum ich das sammle. Weißt du, was gefährlich ist? Lava! Du hörst, du hörst einen Garst und du baust dich gerade über Lava her. Beziehungsweise bei Lava her. Mhm. Und dann nach der... Hatschi! Dann niest der erst eine Runde. Was? Oh! Oh! Die S hat geleckt! Ja, der ist halt rum gespackt wieder. Das kennt man ja schon. Ja. Get lucky! Get luck luck luck! Lucky lucky lucky! Wenn ich was suche, ne? Da hab ich keinen Luck da drin. Aber wenn ich irgendwie verzaubern oder sowas muss... Da hab ich sowas... Ja, ja. Dann bist du ein Arschloch. Boah, ich muss noch meine Render Distance vielleicht noch ein bisschen... Erstmal dicht hier machen, bevor hier irgendwie so ein Küper oder so reinkommt und mich in die Lava sprengt. Flup! Flup! Und da drauf hab ich grad mir nicht keine Lust. So, mach mal 16 Chunks hier. Mach ruhig paar mehr. So! Sack! Ne. Drei Minuten sind schon wieder oben. Fast vier Minuten gleich. Boy! Sack! Wie man schon sagt, die Zeit vergeht viel zu schnell. Ja. Ist das... Kohle! Da ist Gold! Cool! Da braucht man Gold noch. Gar nichts mehr, ne? Ne. Außer... Ja, außer du willst züchten noch mehr an Pferde oder so. Ja. Deine Pferdearmee. Oder irgendwie für... Einfach nur für diese OP-Äpfel. Damit du wieder schneller regeneriert wirst. Würde ich auf jeden Fall machen. Der Grund ist ja nachher wegen Ender-Drachen, damit du auf jeden Fall gute Nahrung dabei hast. Ja, oder wenn du die ganze Zeit dabei bist, die Wizard-Skelette zu killen. Ja. Da brauchst du ja nur eins. Ach, äh, andere Köpfe. Gibt's ja auch ne Verzauberung für... Ja, aber du weißt wie lange das dauert, bis man die überhaupt kriegt, die Köpfe, ne? Deswegen. Aber egal. Plünderung. Plünderung. Fick dich. Plünderung 3. Gerade, dass du dein Schwert nicht verloren hast. Ne, da hab ich jetzt mal Glück gehabt, ey. Hihihi. Aber ich hab mich gerne, dass so Gas rumgepfeffert hat. Verrreckt Glück, ne? Jetzt komm, ey. Mach hier unten erstmal das... erstmal Lava weg. Ne, das ist keine Festung. Verdammt. Oh nein, es gibt Mini-Pigment-Zombies? Ja. Ach, wie süß, wie knuffig waren die denn? Es gibt's von alles Mini. Oh, wie knuffig war die denn? Oh. Ah, ah, ah. Die waren richtig knuffig. Du bist bescheuert. Ne, aber wir waren wirklich... Oh, das mag mal Cube. Weißt du was das heißt? Ja. Ne, jetzt ist der runtergefallen. Aha. So, ich hab hier erstmal Lava weggemacht und gucken, ob hier vielleicht Diamanten irgendwo sind. Oh, ich muss erstmal aufs Freten. Aber erstmal finde ich die Kohle. Weil manchmal hat man ja Glück, wenn man Lava unten weg macht, dass man da Diamanten findet. Ja, aber manchmal auch nicht. Ja. Da hab ich früher mal ganz schön Glück gehabt. Oder wenn du einfach den kompletten Lava sie weg machst, hast du meist auch immer. äh, Diamanten drin gefunden. Also meine ich das doch. Habe ich aber jetzt nicht anders verstanden. Verstehst du immer alles anders? Ja, ich bin halt etwas anderes. Ich bin auch was besonderes. Nö. Oh, doch. Oh, ne. Oh, doch. Ich lauf jetzt nur in eine Richtung. Mal gucken, wann. Wenn ich brenne. Burn, burn, burn. Ach, scheiß doch. Ich glaub's noch nicht wie ich will. Lava, Glowstone. Hallo, hier ist noch mehr Lava unter. Hallo, Netafestung. Danke. Hick dich. Netafestung. Where are you? Wee wee wee. Alles voller Lava, ja. Du mir ja auch. Ist das halt hier sicher? Ne, was ich grad mache ist glaube ich nicht sicher. Egal. Nein, hau ab, hau ab. Schubst mich hier nicht runter. Einfach nur dicht machen erstmal. Ich will hier nicht runterfallen. Doch, Fall. Nein. Verrack. Gerade so ein Mini-Pigment-Zombie vor mir. Das hat mir erstmal weggeschubst. Und hier ist jetzt Wasser. Mit Lava. Ab in eine Höhle. Nö, hier will ich nicht weiter. Quatsch. Was? Machen wir hier nicht. Lass uns ja nichts ähnliches in die Quere kommt. Hoffentlich fliegst du ihn runter. Hm? Oh, Spalt. Uh, noch einer. Wenn du so springst, dann guckst du, oh. Okay, das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schaffe ich! Ich mache das immer noch so mit dem Strip-Mining. Das ich immer erst jeden, also zwei Blöcke stehen, zwei Reihen stehen lasse. Ja, und dann nächste Reihe. Weil du das ja von beiden Seiten dann immer sehen kannst. Richtig, das mache ich doch auch. So entsprechend kann man auch die Turtles programmieren. Ja. Später. Oh, da ist Lava neben gewesen. Eieieiei. Ja, aber warum würde ich das Turtle so programmieren, wenn ich auch ein Tunnel-Bohr-Programm machen kann. Ja. Wo ich sagen kann, mach die bestimmte Höhe und mach dann diese bestimmte Breite. Man kann aber auch dann so machen, dass man dann macht einfach, dass ab bestimmten Block-Anzahl, die er abgebaut hat, dann... Eine Faktor. Ist ja normal, aber dass eine bestimmte Anzahl dann zwei Turtles gesetzt werden nebeneinander und dass da dann der ganze Stuff reingeklatscht wird. Ja, das habe ich doch. Ein Tunnel-Programm. Ja? Ja, habe ich. Ist eine ältere Folge. Da musst du Kisten reintun, Kohle und Fackeln. Mhm. Und dann heißt es Tunnel-Bohr-Programm, dann fragt er dich welche Höhe, welche Breite, welche Fackel-Abstände und dann liegt er los. Also wenn er sein Inventar voll hat, dann macht er eine Truhe hin. Oder sonst tut alles rein, oder? Das musst du mir aber nochmal erklären, wie das dann funktioniert, wenn das Inventar voll ist. Ja. Später mal. Muss ich dann auch gucken, wie der Befehl heißt, ne? Mhm. Weil der immer abchecken muss. Also der muss ja immer nach jeder Reihe oder nach jedem Blockabbau machen, macht der sozusagen einen Check. Ja. Der Blab ist gefunden. Obwohl er kann ja auch eigentlich sagen, wenn ich... Ah, nein! Nein! Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Nein, ich sterbe schon wieder. Aha. Lenke ich dich zu sehr ab? Ich bin ge... Nein. Ey, jetzt bin... Ja, jetzt hast du mich wirklich abgelenkt. Boah, nee. Das war aber keine Absicht. Ich verbrannte... Äh, wo ist mir jetzt... Hä? Wo ist jetzt mein Spawn? Hm. Hä? Jetzt hast du mich richtig abgelenkt, da komme ich nicht mehr dran. Never ever. Besonders weil du verbrannt bist auch deswegen. Ja, weil ich Lava und dann habe ich einen Block darunter abgebaut, aber die war schneller und dann habe ich nicht aufgepasst. Wollte man eigentlich auch gar nicht. Mann. Auch wenn man abgelenkt wird. Mann. Lass mich halt ablenken. Ach, okay. Jetzt sterbe ich gleich nochmal durch Monster. Ach, Mann. Mein gutes Schwert. Aha. Verdammt. Und meine gute... Aaaaaaah. Mann! Oh, da habe ich das ja geschafft. Boah! Das riecht mich jetzt... Ne, das riecht mich jetzt gerade richtig auf. Aber das war nicht so wirklich meine Absicht. Nein. Bloß nicht. Ich meinte nur, musst du mir später mal erklären und dann fängst du an loszulabern weiter. Ja, hallo. Da bin ich so im Redefluss und dann bla bla bla. Jetzt habe ich kein Essen mehr. Toll los. Jetzt muss ich einfach Kohle fahren. Boah, meine Spitzack ist fast im Arsch. Äpfel. Ey, danke schön. Weißt du? Ja, bitte schön. Weißt du, da laufe ich jetzt nicht mehr hinter, weil das einfach nur verdammt weit war. Mhm. Ne, da laufe ich jetzt nicht mehr hinter. Würdest du wahrscheinlich auch noch nicht mehr schaffen. Ne. Das glaube ich nicht mehr. Mhm. Achso, Goldäpfel. Ja, die sollte man dann für die Pferde gebrauchen. Hm. Letztan. Katoschkis. Können die eigentlich verbrennen. 4, 1, 2, 3, 4. Wieso Goldäpfel? Du meinst doch, Karotten sind doch billiger. Ja, aber Goldäpfel nachher zum Essen. Achso, ja. Deswegen. Ja. Och man, das ärgert mich jetzt aber wirklich, ey. Du kriegst den richtigen Hals. Aber egal. Find's lustig. Egal. Ich hatte auf jeden Fall schon die Errungenschaft dafür. Ja. Monster nearby. Monster nearby. Wer ist denn hier nearby? Blöde Spinne hier, oder? Das steht ja nicht, dass man das behalten muss. Ne. Och, Monster nearby. Wer ist jetzt wieder von euch nearby? Blödsinn. Bei diesen Sachen steht das zumindest, dass man das behalten muss. Aber nicht bei allen. Ne. Ach ja. Ich krieg jetzt grad Sonnenhals, ey. Ich hatte dann noch einen braunen Pilz, weiß... Oh. Ich hatte ja auch nicht so, dass ich dann so ein Schwert mit hatte, ne? Ne. Überhaupt nicht. Hallo Enderman. Weißt du, wir, wir beide haben jetzt erstmal Spaß. Kommst du jetzt wieder her, du Feigling? Haha. Hallo. Das kann dir jetzt nicht angehen, dass du einfach abhaufst. Aber eigentlich find ich keine Diamanten weiter, ne? Weiß ja nicht auf welche Höhe du rumsebst. Äh. Höhe 11 bin ich eigentlich. Ja, das ist immer voll komisch. Höhe 11 mach ich immer. Immer Sachen verbrennen jetzt erstmal. Weil auf Höhe 10 ist dann Lava. Passt das schon. Boah, aber ich könnte... Ich könnte lachen. Ich könnte ja richtig, ey. Ja, ich könnte richtig ausrasten gerade. So richtig, aber... Das ist ja nicht mal feierlich hier. Hab ich kaum was noch gehabt. Boah, und dann noch in der Hölle, ey. Und ich find keine Festung. Ich hätte ja sagen können, wenn ich ne Festung gefunden hab. Ja, nein. Find ich ja nicht. Ha, 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 ha. Boah, dann fahr ich mich eh noch. Noch mehr Kohle. Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Boah, ne Spitzhacke mit Glück wär jetzt geil. Buh. Weißt du, was das gut war? Ein Schwert mit Plünderung. Drei. Mann. Spass. Aber mit Glück wär auch geil. Dann würden die IP auch ganz schnell steigen. Ja. Ja, ich brenn grad die Kartoffeln. Ja, Wasser. Ja, Wasser. Geht. Ich warte jetzt gerade eben. Ach, ich nehm glaub ich hier ein bisschen. So weg. Hab ich noch ein bisschen Holz. Ja, komm, das Holz nehm ich noch ein bisschen mit. Das nehm ich noch mit. Soll da eigentlich reichen. Oh, echt? Facke. Und vielleicht noch ein Tacho. Facke. 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 Das ist doch nicht wahr, ey. Doch. So, Fleisch ist schon mal fertig. Ich find's lustig. Ich versuch jetzt grad nur, ich die ganzen Sachen schmelze. War das knapp. Ich will grad weiterlaufen. Was ist unter mir Lava? Schade, ey. Wir werden sie richtig verbrennen müssen. Aber ich glaube, wir sollten mal unsere Folge beenden, ne? Die neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende. Ja, gleich. Ja, gleich. Mhm. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Und nur noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt geh ich auch raus. Wir bedanken uns fürs Zugucken. Ich nicht. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.